neue meme review es geht los das hier ist die erste weißheiten mit ich finde ich finde es gut dass sie inzwischen normale bilder von mir nutzt und nicht mehr dieses schrecklichen okay berechtigte frage geiles holz sieht tatsächlich sehr geil aus ja es ist sehr true das finde ich jetzt keine komische aussage oh nein oh nein ich habe angst vor dem clip es ist groß mag ich nicht corporate needs to find the difference between this picture chat ich bin kein kgw streamer ich bin kein kgw streamer no funny streamer chat no kgw streamer schöne momente mit mir was mach ich da ich erinnere wieso bewege ich mich nicht oh ok hä wann war das ich erinnere mich nicht an diesen clip ich verstehe es nicht warum ich mich nicht mehr an sachen erinnere ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht nur intellektuelle das wort ist falsch geschrieben nein es ist richtig geschrieben nur intellektuelle würden fragen wer ist damit sich der streamer lustig fühlt wer ist loot chat loot wer lutsch mein schr oh was ist denn das für ein bild what the fuck physik mit tony es kann schon sein wenn die kiste leicht genug ist dass der zug der zug vom auto das nach vorne fährt das quasi wieder zurück zieht ich habe es nicht verstanden nein doch das war als aus dem auto eine kiste gefallen ist und es kann wirklich sein dass wenn der zug vom auto dann so hoch ist dass es wieder rein war das jetzt falsch die aussage das war doch eine richtige aussage oder das wird ja wahrscheinlich der grund gewesen sein warum das wieder reingesprungen ist komisch erklärt tiny hands adventure ich nehme den linken okay 3 1 2 ungünstig wir haben so schlecht runtergezählt schaut euch das nochmal an ich müsste mal sehen wie schlecht wir runtergezählt haben 3 1 2 ok next meme ich kann von hier auch bis hin zu boah walla da oben ist eine so ich habe noch nie in meinem leben so laut gefiffen chat wirklich in meinem leben noch nie habe ich so laut gefiffen ist doch gut ist doch ich finde dass ihr stolz auf mich sein solltet ihr lieben ich grüße euch herzlich willkommen bei domian willkommen beim 1 live talk radio wir haben heute abend ein festes heute nacht ein festes thema aber ein sehr spezielles thema das thema heißt reich und unglücklich ich möchte mich mit menschen unterhalten die reich sind und unglücklich 20 jahre ist sie alt sie ist mein nächster ich bin nicht reich und ich bin nicht unglücklich what the fuck chat hier die antonia guten morgen und seht ihr an dem gumo merkt man doch dass ich nicht unglücklich bin antonia antonia um was gehts das leben ist aber da so schwer als streamer ich muss jeden tag um um elf bis zwölf aufstehen ich muss dann zocken und damit kann ich auch noch meine miete bezahlen chat glaubt ihr real talk ich bin reich was heißt reich was hat ein mensch aufm konto damit er reich ist chat sechsstellig dann bin ich nicht reich 50k dann bin ich nicht reich chat idees oder idees nächstes du 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 ich war schon so komplett nackt vorhin mal so hi hugo wo kommt der clip her oh es ging um rust es ging um rust chat oh gott es ging um rust ich war grad selber ich dachte mir was hast du denn erzählt oh gott ja rust weißt du was an was ich denken musste der hund von meinem opa heißt hugo ich dachte mir grad so was bloppfisch nachdem sie zum zweiten mal zum hässlichsten fisch der welt gekürt wurde wurde der bloppfisch zweimal zum hässlichsten fisch der welt gekürt wirklich wieso machen menschen sowas überhaupt das bringt den menschen ja nix das zu machen das ist einfach nur böse der ist auch verdammt hässlich chat das ist ein bild von mir gerade ich hoffe das ist euch bewusst dass das gerade nicht der bloppfisch ist achso mhm truuuuuuu nein pascal ich denke nicht was nein warum ja das ist actually true neue memes auf tonis discord ah true true und das hier auch noch was ein grauenhaftes meme wie schrecklich das war ja grauenhaft welche ausgeburt der hölle hat das denn gemacht meine ohren sind tot b like Wie mein bestes Freund mit meinem So bad, so bad We should stop using 1 to 1 meme because it's an overused meme at the moment kind of true Das Wasser ist schon sehr ekelhaft, ne? Es gibt kein trockenes Wasser, deswegen war es doof von mir Was ist das? Das ist einfach nur das Monopoly-Brett und hier unten sitze ich Hallo meine lieben Passagiere, Hallo meine Damen und Herren Wir fliegen jetzt über Paris Auf der rechten Seite sieht man den Eiffel-Turm We are right now 1.000 meters away from the capital of France Actually pretty accurate, das war tatsächlich ziemlich passend Yup, wie Toni versucht zu basteln Oh mein Gott, der Finger ist ab Hat doch gut funktioniert, Chad Oh mein Gott Ich will nicht die rote Hose an Einfach ausgetauscht Everywhere I go, I see his face Das ist das schlimmste Bild von mir, was es gibt, immer noch Oh mein Gott 1 zu 1 Ja, ha, ha, ha Wieso ist die 1 zu 1? Ich bin mir so klein Ich kann die nicht mal anklicken, die ist so klein Das geht gar nicht Erschrecken mit Reeft Geht 50 Sekunden lang das Video Nummer 1 Ich will mich nicht erschrecken Ich habe mich jetzt schon erschrocken Ich will mich nicht erschrecken Es hat noch nicht angefangen, ich will mich erschrocken Oh nein, ich will mich nicht erschrecken Ich will mich nicht erschrecken Oh Gott, no Oh, ich mag es nicht Ich habe mich nicht erschrocken Scheiß Schrecklich War das XQC? Ja War das XQC? Ja Oh Gott Wenn man es schlimmer schaut, ist es nicht so schlimm Dann erschreckt man sich nicht so sehr Dann geht es Weil man weiß, was kommt Wisst ihr, man weiß, dass nicht so etwas ganz Schlimmes kommt Handwerkskam erfunden Schall Meisterbrief, Frau hat Dunja starb This is me, yes Easy Das habe ich gedacht, dass passiert tatsächlich Irgendeine Mondspannung Easy Chat Kein Stromschlag Das dachte ich, war wirklich was passiert Die unterschätzt mich Ich glaube, dass ich dümmer bin, als ich bin Ich schaffe es Meine Mikroball hat fast gebrannt Oh, Alufolie Keine Alufolie Falls Ich Alufolie in der Mikro habe Kann ich es jetzt einfach rausholen Oder kriege ich jetzt Stromschläge oder irgendwas Ganz ehrlich Ich muss sagen, dieser Clip hier Ist ein Legenden-Clip Weil es ist mir nicht aufgefallen, dass ich das gesagt habe Plus Als ich das erste Mal den Clip gesehen habe Ist mir auch nicht aufgefallen Dass da was falsch dran war Ich glaube, dass ich dümmer bin, als ich bin So ein Legenden-Clip deswegen No joke Ich weiß ab jetzt, dass ich keine Alufolie in die Mikrowelle mache Weil es macht Funken Musst man mal erlebt haben, um es nicht zu machen Okay, nächste Hi, I'm Renata Bliss And I'm your Freestyle-Dance-Teacher So we're back in the mind I don't pick a stringing from side to side Oh, ich liebe sie Love her You go, girl Ich bin die erste Die vom Tiger gepressen wird Wenn ich nicht sehen kann, wenn der Tiger kommt Ja Es ist sehr true Very true Okay, das ist ein Igel Das ist ein Igel Ich war der Mann Ein Igel Das weiß ja sogar ich besser What the fuck Sogar ich sehe, dass es Kamel ist Ja, Kamel What the fuck Genau Pokémon 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 Genug Ihr seid nicht intellektuell genug Um mit mir Euch über wichtige Lebenssachen zu unterhalten Wenn man sein 1,9 Abi nur mit der Hilfe des Nachbarn geschafft hat Oh mein Gott, stimmt nicht Chat, ich hab ein gut Fuck, ich muss mal ganz kurz gucken Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau Good one Good one Copy the next to find the difference between Oha, Chat Ja Die Dame vom Markt So eine schreckliche Meme noch zum Ende hin What the fuck Diese Markt-Story ist so unangenehm Als ich diese kackt Frau umabt hatte Fuck die Chat Wie ist die Das ist wie ist die Die Amacht